Mein Vater auch nicht, weil meine Freundin hat kein Handy und mein Vater kann kein SMS schreiben. Kann kein Handy geben. Muss ein Kumpel sein. Okay, jetzt setzt du. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, hallo. Ja, aber auch noch irgendwas wegen Indy. Ja, dass ich gerne Indy machen müsse, aber ich gucke gerade, was ich noch an Dallys machen muss. Ah, okay. Weil ich muss noch Events machen. Ja, das ist immer eins, wo ich davon träge, dass entweder Events oder irgendwas anderes. Hier vorne sind natürlich immer Events. Oh, das ist ein Old Gnome. Oh, da geht's. Oh, da geht's. Ich habe. Oh, da geht's. Ja!